Aua, so bist du Warte, warte Alter, der ist grad auf mich gefallen, der sagt Wie der auf dem Boden klatscht Das hab ich gehört, aber ich hab mich nicht erschrocken, weil er nämlich... Boah, Alter, ich hab mich grad voll aufhören über deinen Flügel, direkt weil die Schwarze Ah, sexy Wings So, hallo und dein herzliches Willkommen Wir spielen eine Map, die ich nicht weiß, wie sie heißt und mir wurde was unter... Necrophobia Ja, genau, und mir wurde was unter meinem ersten Necrophobia-Video geschrieben und zwar auf Englisch, dass ich andere Leute vielleicht supporten soll und andere Projekte spiele Ähm, da kann ich jetzt mal was zu sagen, aber diesmal auf Englisch und da entschulde ich mich für mein schlechtes Englisch Ähm, I don't wanna play every single project that I don't wanna play That's my reasons and my statements, äh, anyway And sorry for my bad English So, das war's schon, ja, da ist der Bus Sidewinder auch dabei wieder Hallo So, der Flo muss immer kurz auf Englisch supporten Genau, ja, nicht supporten, ich will ja niemanden supporten Ich will ja nur spielen, weil... Anti-supporten Also, ich nehm gerne Tipps an oder Vorschläge, aber nicht, dass man mir alles reinpostet und... So, wir können los, oder? Ja Gut Ey... Hier können wir nicht lang Oh, guck mal hier, was hier liegt Anscheinend... Hast du einen Krober aufgenommen? Hä? Hast du einen Krober aufgenommen? Nein, wieso? Ich schon Something is blocking the... Nimm, nimm mal einen Krober, ich da lagen grad welche Ja, okay, dann, äh, Krober, Krober Das ist aber echt doof, dass man, äh, sofort alle Krobers nimmt, anstatt dass man nur einen nimmt Flo, wollten wir nicht nachher auch nochmal das Ende von Dings nochmal noch machen? Ja, ja, klar Dann machen wir ein bisschen danach Haua Haua So bist du Haua Was war das? Haua Alter, der hat gerade auf mich gefallen, der sah... Wieder auf den Boden klatscht Haua, das hab ich gehört, aber ich hab mich erschrocken weil er nämlich... Boah, Alter, ich hab mich grad voll aufhör über deinen Flügel, ich direkt weil die Schwarze... Ah, sexy wings Chicken wings Alter, mach mal Licht aus, du siehst gar nichts Ja, bringt auch voll was Haua 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 Wach das denn? Haua Ich wollte jetzt grad sagen, ey Mike lass das an, das Licht war geil, aber... Was machst du da? Guck nicht so ne... Ja ich guck mal Haua Ah Ah Nice, komm, guck mal hier Hui, ey, ich komm nicht runter Vermutlich wegen dein Flügel, denk ich mal, ne? Nein, ich bin die ganze Zeit dran vorbeigeropst Äh, nein, guck mal hier Oh, da stand grad einer Da stand grad einer, da stand grad einer durch Luft ins Museum Ach, äh... Hey, ich komm hier gar nicht hoch Hä? Hey Mike, ich will hier hoch Ich auch, ich komm aber hoch Ach, ich hab's geschafft Wir... Hier geht's nicht auf Geht hier auf? Äh... Äh, müssten wir vielleicht irgendwie schwimmen oder so? Oder... Hier, 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 hier Oh, oh, oh Wenn wir die Leiche wegbekommen, dann können wir da durchcrouchen Oh, na toll, ich glaub wir hängen Ah, wir hängen fest Mike ist ein sehr schlau Ah, Scheiße Hör auf mich zu schlagen Das bringt auch nicht mehr Äh... Warte, 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 ich such ja schon schnell Ich häng' gerne mit dem Boost Side when an Icon So Jetzt rein da Ja Äh, äh... Geh du erst mal vor, bevor wieder irgendwas passiert So Alter Meiner nicht zu hinten, so So Ist so ein bisschen... Bisschen dunkler Alter Wie die Kisten Kisten, 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 Kisten Oh Was war das denn? Der war jetzt total gruselig Den hab ich nicht mal gesehen jetzt Haha, ich hab den nur so leicht Waschmaschine leben länger mit Crowbar So Der wird damit garantiert Gewett Was? Das tun jetzt... Uh... Wir haben noch ein paar Kisten Waschmaschine leben länger mit Crowbar Ping, ping Ah, hier kommen wir auch lang Ein Checkpoint, wo ist die Nebel? Oh Ey, lol, hier waren wir gerade Ach, da müssen wir da Da müssen wir oben in den Lüftungsschacht da rein In den Lüftungsschacht, in den Lüftungsschacht, in den Lüftungsschacht, in den Lüftungsschacht Die Booster Taktik, alles Schrottschlag, was im W... Was ist hier los? Alter, ich fahr mit der... Ich fahr grad mit der... Geh... Weg... Geh... Doch mal! Der Mike, der macht... Gerade irgendwelche Krankenhausstelle kaputt Da sitzt... Lass mal mit dem zusammen chillen Übrigens das erste Let's Play, wo ich... Aua! Jetzt hör... Oh... Was denn? Ich hab nämlich hier was zu essen stehen Und ich wollte... Wollte nämlich eigentlich... Ähm... Das kalte... Hallo! Was hat das jetzt gehört? Ja, natürlich! Der war grad mit nem... Ganz, Mann, tut der so... Hallo! Hahaha... Voll cool! Hallo! Möchtest du ein bisschen... Hallo? Flo? Laul und Fliege! Wo bist du? Guck mal! Möchtest du so ein bisschen Sushi von Denise? Hahaha... Kennst du denn? Hahaha... Weinfuff mit Sushi-Mushi! Scheiße! Du musst das hochheben und den Moment muss er wegwerfen Jetzt werf mal weg! Oh! Nein! Nochmal! Äh... Äh... Super! Ich will mit dem Wagen fahren! 99 Luftballons fahren über den... Geht nicht! Wo bist du? Weiter gelaufen! Achso! Alter, ich hab voll viel FPS auf der Map hier! Ich auch! Hallo! Ah, schreib mich doch nicht! Ja, ich wollt... Du weißt doch wie ich bin! Ich guck gern alles nach! Leben! Leben aber voll! Leben! Ja, all... Oh, das heißt wenn ihr Leben liegt! Weißt du was das heißt, ne? Ja! Gleich... Geht das bloß! Dann kann man nicht sagen, also... Geronimo! Alter! Ich hab grad voll die FPS eigentlich hier gehabt! Wo kommt denn die scheiß Lüfter-Geräusche? Alter! Ist das laut! Oh Gott! Gruselig! Es ist laut! Wow! Laut und übersteuert! Over! Hör, 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 hör! Sör, hör, hör! Kai, er warnt! Wo? Ich dachte du läßt die Grafik auf niedrig! Wie willst du das denn dann sehen? Hallo! Oh, da steht ja auch! ich hab den hinter dem nix gedrückt Mike du sollst doch nicht alles kaputt machen ja ich bin schneller als du du weißt doch wie ich bin ich finde solche Maps total geil wo man alles kaputt machen kann mein Ohr joggt gerade ich muss wieder was schnabulieren jetzt wird's kalt ah mir kommt das Gitter vom Kopf guckt hier einer 590 Freddy's ist es wunderbar Flo guck mal auf die Monitor was hast du warst du das jetzt oder war das gerade schon so was denn der ist komplett blutig bei mir ach weil ich einmal auf dich draufgeschlagen hab tschuldigung kommst du mit oh na ist das jetzt dein behinderter Ernst raus aus mir jeder muss dankeschön wir müssen uns immer einigen wer geht ja dann geh doch jetzt man hallo boah du Fütze kennengelernt gib Gas wir sollten mal Pause machen ja jetzt schon wir reden die ganze Zeit schon ich häng fest willst du mich verarschen? ne ich nicht jetzt geht's so dann bis gleich bis gleich hallo ja ich hab nämlich gemerkt jedes mal wenn ich eine andere Aufnahme gestartet hab hab ich immer wieder gesagt hier sind wir wieder und deswegen sag ich mir mal hallo ja bei mir bleibt das immer so oh nein da war gerade glaube ich irgendwas alter man jetzt hab ich denn so kacke FPS Dinger oh du Leute geht auf der Checkpoint has been underblende hey Mike ist die Tür offen willst du hier rein? wir brauchen eine Keycard mal wieder hier geht's rein hier geht's nicht rein Mike ins Klo will ich nur mit dir oh ja das hätte das sexy Wolf in der Nacht das hat sich gerade sehr falsch angehört mit deinem Satz gemischt oh ja ey Mike hier sitzt einer da sitzt einer da sitzt einer hallo hey komm wieder her wo ist denn der Stuhl hin? ach hier Stuhl der macht geile Stahlgeräusche das ist bestimmt der Stahli Stahli Alter warum bin ich gelb? ach ja Alter ich seh mich im Spiegel gar nicht ich mich auch nicht deswegen nehme ich direkt etwas zu essen zu mir sorry aber ich äh Toiletten 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 Wo kommt denn der Schacht her? Aua lol ich glaube ich habe gerade die Keycard weggeschossen was ist denn das hier? das sieht nach einer Sicherung aus Flo? mhm brauchen wir schon wieder Sicherung? mhm wo bist denn du? äh irgendwo im Klo wo ist die Sicherung jetzt hingeflogen? ach da alter wo ist die hin? ach da liegt die oh das ist denn eine Keycard oh shit wo ging es denn hier nochmal raus? ah das ist die Keycard müssen wir eigentlich da schon rein? sollen wir nicht erst mal gucken was da noch alles ist? hallo fliegt da kracht doch gleich der Boden zusammen da steht einer oh oh hier hier Boden krachst du zusammen? guck mal da hinten da hinten hallo hallo Stieg äh bleh der sollte das hat er gesagt ja die ist aber weg Flo dreh dich mal um und guck mal auf den Boden Toll Gironimo Lolo in meinen Po wo ist der? wo ist der? da ist er? da ist er? da ist er schwarzer Madden guck mal wo? hallo schwarzer Madden hallo hallo schwarzer Madden ich sehe sein Gesicht nicht mehr vor lauter Scherben Keycard da geht es nicht auf es lockt baby ein Ding ist auf ok hä? wo denn sonst? ach ja hier ist ein Lüftungsschacht ja natürlich wo? geh durch schnell nein dreh dich nicht wieder um du machst auch immer ein Problem du dreh lol ich bin gerade durch den Lüftungsschacht geflogen oder so Alter ich komm da nicht hoch komm jetzt hoch Alter die komme das ist ein seltener Busseid wenn der mit dem Kopf glitscht du glitscht auch hier die ganze was ist denn jetzt los? Alter help achso hallo na komm guck mal der am chillen ist hier geh mal woanders geh mal wieder an die Arbeit hier Alter was macht der da? chill ab in die Tonne ab in die Tonne ab in die Tonne ab in die Tonne Alter wie dann aussieht körperbeweg was warum ist die jetzt so weggesprengt? weiss nicht müssen wir den vielleicht in die Waschmaschine stecken? lass den in Ruhe ok ich hör einen Zombie hallo tschüss Zombie alter die Kackknochen hä wo? hä? schon wieder irgendwo hoch äh 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 schon wieder so'n Lack gehabt oh vielleicht hier? ah ich seh wo glaub ich warte mal ja da ist er hör mal auf ich muss hier auch hoch alter ich komm hier nicht hoch tut mir leid was denn du da alter ich wieder hoch so dann ich seh wo es da hingeht da ist so ein Lüftungsschacht aber ich komm da nie hoch dann nehm ich wieder etwas zu mir ja ich bin drinnen töö ist er jetzt da? jetzt ist er mal aufm Kenji warten hm 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 ich komm hier nicht hoch kommst hier nicht hoch Du hörst aber nix, oder? Natürlich! Oh man, ich komm da nicht hoch. Ja, da hab ich auch grad Probleme mit. Alter! Ich find das Lied so geil, sorry. Alter! Jetzt bist du rüber gesprungen. Ich hoffe, du störst dich nicht daran. Jetzt bist du darunter gesprungen. Jetzt bist du wieder darunter gesprungen. Ja, ich knalle die ganze Gegend. Boah! Ich bin wieder runter gesprungen. Mach die Musik aus! Oh, du nimmst den Horrorfeeling in den Zweck. Boah, Mikey, bist du auch gekommen? Ja, Doppelsprung. Hab ich auch gemacht. Du hast auch deine Fuckflügel an. Die hab ich aus Sexappeal an und nicht wegen irgendwelchen Funktionen. Da, jetzt bist du drauf. Hallo. Boah, ist doch komplett. Ab durch den Tunnel! Die Kacktrönte, die dir aus dem Arsch hängt, oder was das ist. So. Du bist wieder aus Wut was zu mir nehmen. Entschuldigung. Hallo, Mann, der da liegt. Boah, ja, oh, oh. Like, mach, sag. Wo bist du hin? Boah, was? Was? Du hast schon wieder dein Essen komplett im Mund. Oh. Hey, müssen wir da rein? Ah, ne, 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 ist ein Fehler da zu machen. Ui, 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 ui. Checkpoint, wo ist der Nebel? Ja, natürlich. Und jetzt geht die Scheiß-Tür auf. Ich doch, jetzt kannst du auch zu. Hä? Ah. Lol. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt, weil der Flo aber auch so dem hier angerast kam jetzt. Mich kurz zusammengezogen wegen dir, aber wegen dir mehr. Ich bin nicht wegen dir erschreckt, weil du so angerannt kamst. Hey, man, die hier li- Ey, ich brauch den lief, äh. L-Live. Live. Live. Warum haben wir eigentlich live verloren? Live. Stronger. Machst du das jetzt, oder? Jo. Warum? Was macht denn hier so komische Flüsterbild? Aua. Was denn? Da ist schon wieder der Bill mit den komischen Affenmasken-Affenmann. Was denn? Affe. Hier sieht ja auch Mike. Ich will aber irgendwie nicht reinge- Ja, aber auch. Da ist ein Typ. Aua. Aua. Entschuldigung. Hallo Typ. Was macht ihr da? Ne? Alter! Hahaha. Ey, wo? Hier ist doch noch irgendwo einer, oder? Ne. Das war jetzt assoziär. Hahaha. Hahaha. Kommt man hier noch durch? Ja. Oh. Nice computer, if God. Ey, Mike. Guck mal hier. Was? Da kommt man durch. Oh, oh, oh. Da ist doch wieder so'n Typ. Aua. Ja, dann lauf doch mal. Aua. Oh, nice key. Ich hab'n Key. Der Typ nicht. Der Typ nicht. Der Typ nicht. Der Typ geht aber trotzdem. Ey, ich hab'n Life verloren übrigens. Ey, ich war auch Life. Hab'n ich gehabt. So. Wir teilen immer sehr freundlich. So. Ach, ne. Behalt doch mal lieber deinen Life. Du hast viel weniger als richtig. Also wenn du was findest, oder ich finde, dann nöchte das. Mhm. Mhm. So. Jetzt haben wir hier viele schöne Sachen. Da liegt doch irgendeiner. Uäh! Wo kommt der denn her? Alter, da hinten ist Life. Ist strange. Vor dir. Uh, das ist aber sehr strange. Ich komm' hier nicht raus. So. Du bist auch einer. Und ich muss noch mal eben was in den Mund nehmen. Was zu essen. Aha. Halt die Schnauze. Mh. 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 Ich find' da den Ätzenden. Das ist geiler. Mit dem Ding lauf' ich jetzt die ganze Zeit rum. Hab' ich die ganze Zeit so ne Tröte im Mund, oder was? Mh. Boah, ich blase das mal ordentlich da rein, ey. Haha. Ordentliche Symphonie. Mh. Bäh. Alter. Ich lauf' aufm'n Dach rum. Hilfe. Alter, guck'ma. Na oben. Da. Genau da bin ich. Ist ja gut. Die packe ich schon weg. Hier geht's auch noch rein. Hallo. 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 Meine Aufnahme ist gerade ausgegangen. Siehste? Wir machen das zu lange. Entschuldigung, wenn ich manchmal rede, wenn ich Essen habe. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich versuche es. Ballerbahnanstalt. Schon wieder. Schon wieder. Lass mich raus, bevor die Tür schnell wieder zugeht. Oh, geil. Geiler, Nigger. Aua, aua, aua. Aua, hä? Das ist ein dicker Geräusch. Gleich schreit er uns an. Alter, hier rastet alles nur aus. Ey! Was ist hier? Stuhl, 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 Stuhl. Ey, scheiße, Tür. Was ist hier? Oh, da oben. Nice, mate. Hab ich den jetzt runtergeholt? Ja. Cool. Hier ist wahrscheinlich wieder Key. Ne, hä? Ach, das war ja der Key. Oh, ach du. Hä? Hä? Wo ist er hinten? Mich hat gerade irgendwas gedreht oder so. Ja, da kam ein Vieh auf mich aufgera... Alter. Da liegt live. Ne, das ist Bier. Ach so. Oh, Bier. Bier ist drange. Bier, 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 Bier. Was? Was? Da war gerade irgendein Schatten vor mir. Psst. Da ist jemand. Wo? Huuu. Ne, hier ist irgendein Vieh. Ach, halt. Ein Kill. Ein Schnauze. War mein Kill. Da müsste ja irgendwo auch ein Key sein. Iiii. Ist hier ein Key? Guck mal, auch unter der Töppe und so. Ah. Äh, guck mal, Flo, ich nehm grad nen Schrank mit. Ich bin der seltene Bodenkriecher. Guck mal. Nimm Schränke mit. Dann lass den Schrank in Ruhe. Wo bist du denn? Ich steh hier rum. Wo denn? Aber ich glaub hier... Geh weg, du Schrank! Kack-Ding. Alter! Boah, vor die... Alter, ich häng bei dem Scheißstück Fleisch hier fest. Hilfe! Hier liegt live. Oh! Ich hab wieder voll live. Hallo, dunkle Klammern, dunkle Klammern. Jetzt ist er wieder weg, der dunkle Klammern. Ey, der hat gerade geklopft. Der wollte was... Der Mann hat aber nicht aufgeräumt. Der hat ordentlich aufgeräumt, dann ist es ja. Ach so. Ich will... Äh, Mike hinter dir. Oh, kommst du da. Tja, mein Kill. Ach, hier geht's runter übrigens. Oh. Oh. Hi. Ach, hier. Guck mal nach oben. Ach, scheiße. Super. So, dann müssen wir hier in den Kanal-Ding ins Reihen. Hier? Ne. Ich lass dir den Vortritt. Diesmal. Ich häng fest. Flo, Alter, hör doch mal auf! Ich häng nicht in dir drin. Ein Hoch. Aua. Auf unser... Äh, Mike. Alter. Alter, ich hab das Filo getroffen. Ich glaub, es ist Fratze. Dann nehm ich doch was zu essen und du kannst da durchgehen. Mit Vergnügen. Möchte ich meinen. Möchte ich mir. Ey. Möchte ich mir jetzt schon wieder gewesen. Möchte ich mir doch runtergefallen. Möchte ich mir. Busfahrer. So Mach mal auf Aua Ey, hast du mich jetzt geschlagen? Ich bin vorne nach rechts gezogen gerade Was machst du da? Alter Was denn? Du hast gesagt, Waffen sind auch jetzt Ich will jetzt mal mit einer Wummeball an Das dauert jetzt lange Was? Was hat da jetzt geknallt? Ey Was ist hier? So, request the key This could be the one way to escape Okay Also haben wir schon mal unseren Flucht Oh nein, dann ist die Map gleich Ende Ah So Jetzt nachladen Ach nee, ich mach hier was gerne Hi Hier scheint nichts zu sein In Horrorspielen nehme ich immer so was gerne Oh Hä? Warte Was ist denn jetzt der? War die gerade schon? Ja, war die nicht Alter, ist der geflogen Alter, wie mit dem Ding fliegen, ey Was steht da lol? Ach boah Hier geht's auch noch rein Wo? Wo? Hier Hier legen gleich eh wieder welche rum Pass auf Geh mal hin Tschüss Wir drehen uns um Sind welche drin? Nö Ah, scheiße Jetzt, nö Hä? Keine Ahnung Geht nicht aus Aha Lad doch mal nach Dann geht's hier nochmal rein Tschst Hab ich gerade mal gehört? Wird irgendwelche Viecher wieder? Ja, hier könnte der Typ drin sein Wenn ich hier durchkäme Aua Scheiß Scheiß Vieh Aua Oh fuck Wo kam der denn jetzt her? Der war eben noch nicht getriggert Leute Ja Cool Ey, hier geht's auch noch lang Ey, wo gehst du lang? Ey It's Rusted Shot Purps Hier geht's auch noch lang Ja, ja Ey Warte mal Super Nein Wo bist du? Hinter dir Ach Ich will nicht Ich hab gerade Scheiße gehabt Oh, Life ist dran Oh Ja Und Life ist dran Oh Ziemlich mal Klobar Und Lüftungsschacht Lüftungsschacht Komm mit Boah Flo, Alter Geh Ja, wir müssen uns immer einigen Wer reingeht Ja, du gehst doch immer vor Alter Ich komm in den Lüftungsschacht Nicht rein Ich hab gerade die Ja, ich hab gerade die Festgeldtaste aktiviert Sorry, Leute Jetzt muss ich nochmal abbrechen Bis gleich So, jetzt haben wir wieder die 100 FPS So wie eben auch Weil wir gerade nur noch 30 FPS haben Weil ich auf dem Desktop getappt Akubalampe Natürlich Hä Ach, hier ist ein Key Hier ist ein Key Okay Nimm mal auf Was? Alter Alter Oh Das ist mehr als einer Die Fliegedinger Äh, Duplikator, was? Die Fliegedinger Ich nachladen Moment, ich muss mich verstecken Ich hab keinen Das waren sie alle, das waren sie alle Stimmt Auch die Krabben? Ja, jo Scheiße, ihr habt mir nachgeladen, hat's mal geschossen Hä, du hast, du hast Du hast von Key Ah, nee Da müssen wir doch wieder zurück Der ist kaputt Schrott Nehmen wir mal die Spaß Was denn? Da war gerade irgendwas drin Ja, oder so Oder warst du das? Ich bin doch hinter dir Nein, in mir war gerade was drin Und wenn du das machst, dann gibt's gleich Haue So Wolfpenus Halt die Schnauze Komm rein da Dann ist hier irgendwo in der Decke vielleicht Ne, geht ja nicht, ist ja auch verrostet Ne Ah Ich weiß, wofür der ist Ich weiß, wofür der ist Der ist, der ist, der ist Bestimmt hierfür Ne Ich fall die Treppen runter Er hofft mich anzuschießen Du sollst hier hinkommen Ja, dann mach die Tür auf jetzt Tada Ah, okay Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft Weißt du auch, worauf ich Äh, das kommt mir irgendwie bei mir bekannt vor Was ist los? Hier geht's lang Boah, ich dachte schon Ja, hier geht auch noch Ach, nee Alter, dieses Tank So, dann wird der ja gleich eine Metzlerei geben Oder ist gleich direkt Ende Oh, bitte nicht so voll Ach, nö Ja, Leute, das war das Ende von Wie heißt die Metzlerei? Nee Moment, ich kann's nachlesen Moment Sie heißt Nosko-Komphobia Ah, Nosko-Komphobia Nosko-Komphobia Ja, ja, dann bis zum nächsten Mal Wenn's wieder heißt Let's Play G-Mod Ciao Mit dem Bus und dem Genji Genau Tschüss Ciao